Das Gemüse, die Tomate, die Gurke, die Zucchini, der Kürbis, die Karotte, die Zwiebel, der Knoblauch, der Sellerie, die Kartoffel, der Spinat, der Kohl, der Grünkohl, der Blumenkohl, der Brokkoli, das Radieschen, die Rübe, die Paprika, die Pfefferschote, die Bohne, zwei Bohnen, drei Bohnen, der Spargel, der Pilz, die Aubergine.